Die meisten hochentwickelten Angriffe werden zufällig und häufig sehr spät erkannt. Wo sind die Angreifer? Wie sind sie in das System eingedrungen? Sind meine Daten bereits kompromittiert? Was soll ich tun? Den Stecker ziehen? Das Risiko eingehen, die Situation zu verschlimmern? In einer Krisensituation sind getroffene Entscheidungen häufig kontraproduktiv. Airbus Defense & Space ermöglicht Ihnen, schnelle Entscheidungen basierend auf den betrieblichen Geschäftsprozessen zu treffen. Die Ausfallsicherheit des Unternehmens hat dabei höchste Priorität. Zuerst wird unsere Forensik-Software Kielbeck Host auf Ihren Rechnern installiert. Diese werden dann gescannt und analysiert, um jedes auffällige Verhaltensmuster zu erkennen. Basierend auf den Ergebnissen werden tiefgehende Untersuchungen eingeleitet. Unsere Experten arbeiten auf drei Ebenen. Isolierung der Schad-Software Vergleich der Schad-Software mit unserer Threat Intelligence Datenbank Analyse der Schad-Software hinsichtlich Funktion und Ziel In dieser Phase ist es ebenso entscheidend, eventuell stattfindende Exfiltrationen zu erkennen. Es muss festgestellt werden, ob bereits jemand in Ihr System eingedrungen ist und Daten exfiltriert hat. Wenn ja, wie und welche Daten? Unser Kielbeck-Net-Sensor wird an Ihren Netzwerkausgang platziert. Kielbeck-Net identifiziert den wesentlichen Datenverkehr für tiefgehende Analysen. Unsere Experten können dann den Umfang der Kompromittierung qualifizieren. Der Angreifer, seine Mittel und seine Ziele werden erkannt. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Unsere Experten empfehlen Gegenmaßnahmen, um den Angriff einzudämmen. Im Fall von erheblichen Risiken für die Geschäftsprozesse können Bereiche des Netzwerks kurzzeitig blockiert werden. Die Systembereinigung und Wiederherstellung ist entscheidend. Sämtliche Elemente der Schadsoftware werden entfernt. Dies kann zum Beispiel mittels Skripten geschehen, welche die Schadsoftware entfernen. Das ist wichtig, dass wir die Schadsoftware können aus dem Angriffen placeern. Was wird die Schadsoftware nicht benötigen? Was wird eine Spremutung beschränkt? Dies kann die Schadsoftware, welche die Schadsoftware werden? W zijn Schadsoftware beantreicht. Wвойste muss ich schnell und schade, die Schadsoftwaren kopiert werden? Das ist wichtig, dass die Schadsoftware betrechte die Schadsoftware und die Schad compliments der Schadsoftwaren kopiert. Es ist das wichtig, die Schadsoftwaren kopiert sind, dass die Schadsoftwaren kopiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017